Die dritte Episode der Kenobi Serie hatte so einige Überraschungen auf Lager. Zum einen sieht es zwischenzeitlich jedenfalls so aus, als ob der für tot gehaltene Großinquisitor jetzt doch tot ist, was allerdings absolut keinen Sinn machen würde. Zum anderen erlebten wir das Wiedersehen von Darth Vader und Obi-Wan nach 10 Jahren. Bei all diesem Wirbel ging jedoch ein kleines, aber doch unglaublich bedeutendes Detail fast unter, das uns endlich erklärt, was eigentlich mit Quinlan Vos passiert ist. Wer Quinlan Vos ist und wie er die Order 66 überlebt haben könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Zuvor muss allerdings gesagt sein, dass gerade einmal 25% der Zuschauer diesen Kanal abonniert haben. Wenn ihr also keine weiteren Videos zu der Kenobi Serie mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo und einen Like da. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. In der dritten Episode der Kenobi Serie bemerkte Obi-Wan die Handschrift von Quinlan Vos in einem Unterschlupf auf Mapuso. Tala, die Frau, die Obi-Wan half, erklärt ihm, dass Quinlan öfters überlebende Jedi half. Es ist also auch wahrscheinlich, dass diese Szene viel tiefgründiger als nur ein gewöhnlicher Cameo ist. Denn Quinlan Vos könnte eine Schlüsselfigur dieser Serie sein. Er könnte der Jedi sein, der Obi-Wan dabei hilft, mit Qui-Gon Skies wieder in Kontakt zu treten und der Obi-Wan somit auch wieder verhilft, zu dem Jedi zu werden, der er einst war. Aber schauen wir uns doch zuerst einmal die Geschichte von Quinlan Vos an. Quinlan stammte von dem Planeten Kifu und wurde von dem Jedi Tollmaus gebildet. Bereits in jungen Jahren freundete er sich mit Obi-Wan Kenubian. Viele Jahre später, genauer gesagt im Jahre 32 vor der Schlacht von Yavin, agierte Quinlan in einer geheimen Mission auf Mos Espa, wo er auf Qui-Gon und seinen alten Freund Obi-Wan traf, die gerade Anakin Skywalker, einen Jungen mit einem überdurchschnittlichen hohen Midichlorianer-Wert, entdeckten. Man sah Quinlan sogar in Star Wars Episode I als Zuschauer des Pottrennens. Sein nächster Auftritt war Jahre später in der Animationsserie Star Wars The Clone Wars, wo er erneut auf seinen alten Freund Obi-Wan traf. Die Jedi wurden gemeinsam auf eine Mission entsandt, in welche sie den Verbrecher Houghton Zero gefangen nehmen sollten, nachdem dieser durch den Kopfgeldjäger Cad Bane befreit wurde. Ebenfalls in The Clone Wars hatte Yoda eine Vision, in welche er Quinlan Vos sah. Im Buch Dark Disciple erfuhren wir außerdem, dass Quinlan Vos mit der ehemaligen Jedi-Padawan und späteren Sith-Attentäterin Asajj Ventress auf eine Mission geschickt wurde, in welche sie ein Attentat auf Count Dooku verüben sollten, um den Klonkriegen ein Ende zu setzen. Die beiden verliebten sich ineinander, was ihnen auch zum Verhängnis wurde, da letztendlich Ventress von Dooku getötet wurde. So viel ist im Kanon über Quinlan Vos bekannt. In Legends wissen wir zudem, dass sich Vos während der Order 66 auf Kashyyyk befand, wo sich auch Yoda und Luminara aufhielten. Vos überlebte in Legends die Order 66 und versteckte sich für die nächsten 8 Monate, bis er in einer Höhle auf Kashyyyk auf seinen alten Jedi-Meister, seine Frau und sein neugeborenes Kind traf. An seiner Stelle würde ich mich allerdings fragen, ob es wirklich sein Kind und nicht das seines Meisters ist. Aber was denkt ihr dazu? Werden wir Quinlan Vos nach über 23 Jahren erneut als nicht-animierte Figur sehen? Und werden wir vielleicht sogar erfahren, wie er die Order 66 überlebt hat? Schreibt es mir doch gerne einmal in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video. was da für euch. Und okay, wir wollen ganz einmal. Und ich habe denn da wir uns.